Herzlich willkommen bei Psyon Park Video, dem Mobile Kanal von JEPCOM Networks hier auf YouTube. Hallo meine Lieben, hier diesmal eine kleine App-Info. Wir stellen ja immer wieder mal so Apps vor, da gucken einfach nochmal drüber. Hier haben wir einmal das App Avast Mobile, was wir auch in der Vergangenheit schon mal in einem Video erwähnt haben. Wir fokussieren uns hier aber diesmal nur auf die Virenscanner-Funktion als solches und lassen mal hier explizit die Anti-Cept-Installation und die Backup-Installation einfach mal außen vor. Das ist vielleicht ein Thema, wo man sich hinterher nochmal gesondert drüber unterhalten kann beziehungsweise ein Video drüber machen kann. Avast macht deutliches Pressing in Richtung Premium. Das heißt, ihr werdet öfter mal aufgefordert, hier doch ein Premium einzurichten. Wenn ihr das nicht wollt, einfach High-Premium-Button anhaken. So werdet ihr damit nicht groß weiter belästigt. Das ist schon mal eine schöne Sache, dass wir sowas zumindest einbauen, wenn man sich dann entschlossen hat, bei der Free-Version zu bleiben. Man kann hier die Programme einfach abscannen nach Viren, die Speicherkarte auf Wunsch mit einbeziehen, hier vorne. Oder im automatischen Scan einfach diverse Wochentage und Zeiten hier auswählen für automatische Scans. Wir haben unter anderem ein SMS- und Anruffilter, Datenschutz. Da wollen wir mal kurz reingucken. Da könnt ihr feststellen, welche Apps welche Berechtigung für sich in Anspruch nehmen. Auch hier kann man eventuell mal drüber streiten, ob die ein oder andere Berechtigung wirklich notwendig ist. Aber zum größten Teil ist sie das irgendwo schon darauf. Aber mehr in einem der nächsten Clips. Wir haben die Möglichkeit, hier den Datenverbrauch unten nochmal anzusehen. Da wird dann hier angezeigt, was der Datenverbrauch war. Einmal in der letzten Reihe hier dick unterstrichen alle. Da wird dann addiert, was man in den jeweiligen Netzen für einen Datenverbrauch hatte. Das heißt, links im 3G- bzw. Mobilbereich über WLAN oder für Ausland über Rooming. Da kann man dann gucken, was man da im Einzelnen verbraucht hat. Auch eine sehr schöne Sache ist die Firewall hier bei Avast Mobile. Und wer sein Handy geroutet hat, der kann hier die Firewall einschalten und dementsprechend den einzelnen Programmen auf Wunsch das Recht absprechen, in eines der Netze einzugreifen. Dieses betrifft unter anderem auch, wenn man jetzt hier alle sperren will. Das ist noch relativ einfach. Das bringt die Android-Version als solches auch mit sich. Das kann man dort auch machen. Wenn es aber darum geht, nur manchen Apps hier den Zugang zu irgendeinem Netz zu verwehren, dann ist das hier schon ganz praktisch. Dazu müsst ihr euer Handy allerdings geroutet haben oder euer Tablet. Und falls ihr das nicht habt, kann ich euch nur raten, informiert euch vorher gründlich nicht, dass ihr dann hinterher das Handy geschrottet habt. Und das hat dann keinen Wert. Es kann leicht passieren, wenn man sich nicht informiert. Wenn ihr da irgendwie Hilfe benötigt, helfen wir da gern. Wir haben da auch schon einige Videos drüber gemacht. Mit Beispielgeräten, vorwiegend von Samsung, aber auch über ein Tablet. Und viele Sachen sind sich da ähnlich. Aber das müsste dann im Einzelfall mal nachgefragt werden. Aber da machen wir dann auch gerne mal was drüber. In dem uns vorliegenden Fall, eine Samsung Galaxy Note 2, funktionierte das eigentlich auch relativ gut. Und wenn ihr es wünscht, werde ich da auch gerne nochmal ein Video drüber machen. Ansonsten, wie gesagt, SMS und Anruffilter hatten wir hier. Guckt euch das einfach mal an. Und ich denke mal, eigentlich seid ihr gar nicht so schlecht bedient mit Avast. Auch im PC-Bereich nehme ich das eigentlich ganz gerne und empfehle eigentlich auch nur das weiter, wovon ich selbst überzeugt bin. Avast ist in diesem Fall so ein Programm. Und auf jeden Fall einen Tipp wert. In einem der nächsten Clips wenden wir uns eine Alternative zu Avast zu. Das wird dann das Programm Trust sein. Oder etwas von Trust. Und da können wir einfach mal gucken, wie das so hinhaut. Und inwieweit die Einschränkungen da in der Version sind. Und das soll es bis hierhin erstmal gewesen sein. Gehabt euch wohl, macht es gut, euer John. Bis zum nächsten Clip. Tschüss.